Ein Schaulaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um Sehen und Gesehenwerden. Glücklich ist, wer bei einem der Rasse-Hunde-Wettbewerbe den ersten Platz belegt. Wenn man 30 Jahre züchtet, hängt sehr viel Herzblut mit dran. Nicht weil der Hund gewinnt, sondern weil das was ist, was man auch gemeinsam mit dem Hund erlebt. Im Rudel oder Solo, zu Fuß oder im Hunde-Buggy. Kaum ein Hund, der sein Herrchen oder Frauchen nicht mitgebracht hat.